Hallo Nation, ein toller Stürmer kommt zu Borussia Dortmund, aber zunächst einmal, wenn Sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Hals sind, zurück zum Thema, es wird erwartet, dass Borussia Dortmund im Rennen um Hugo Echitike von Paris Saint-Germain mit leeren Händen ausgeht. Der BVB ist nun auf der Suche nach einem Stürmer mit einem Profil wie Romelu Lukaku, nach Informationen der BILD wollen die Dortmunder Verantwortlichen keine Kopie von Sébastien Haller, also keinen ähnlichen Spielertyp. Stattdessen muss die Besetzung um ein noch nicht vorhandenes Profil ergänzt werden. Der BVB will einen Stürmer, der den Gegner unter Druck setzen kann, wie Romelu Lukaku. Das Boulevardblatt erwähnt den Belgier ausdrücklich, erwähnt aber auch, dass er für Sportdirektor Sebastian Kiel finanziell kaum tragbar wäre. Aber Vorsicht, Lukaku verlässt Chelsea nach seiner Rückkehr auf Leihbasis von Inter, eine Rückkehr nach Mailand wurde gestrichen, ein Wechsel zu Juventus gilt als fraglich. Es ist jedoch möglich, dass er nun bei Tottenham in den Fokus gerät. Denn die Spurs brauchen einen Nachfolger für den zum FC Bayern wechselnden Harry Kane. Lukakos Chelsea-Vertrag läuft bis 2026, zuletzt mit einer Ablösesumme von 30 Millionen Euro. Hinzu käme allerdings noch ihr Höchstgehalt. Damit Sie keine Informationen wie diese mehr Flecken hinterlassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team bemerken. Und das ist eine Umrüstung und ein Abschied.